willkommen zurück zu far cry primal wir haben gerade hier diesen außenposten wie hieß er denn überhaupt eingenommen ringwald außenposten war das damit haben wir das tal hier unten eigentlich schon für uns gewonnen und wir können hier können wir hier mal der quest da von den u-damen rede mit da ich soll mit da reden dann gehen wir mal dahin und reden mit da mal sehen was er will wenn ich wüsste wo er ist irgendwo auch an der höhle hockt da rum ich weiß aber nicht in welcher höhle und wo das lang geht wir hätten jedenfalls nicht in der höhle was habe ich da überhaupt markiert achten bestimmt den außenposten noch hier mal in die höhle wo ist denn da 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 Oh, okay. Die hatte keinen Bock auf den. Den sollen wir jetzt bestimmt retten. Wo hast du den denn hingebracht? Oh, ganz da oben. Und da von den U-Damen. Hilft da den Zorn, das Venture-Begrüßungskomitees zu überleben. Schwierigkeit Mittel. Neuer Spezialist für dein Dorf. Joa, dann machen wir das doch mal. Reisen wir hier hin. Und gehen mal da rüber und gucken mal, was der... was die mit dem machen wollen. Ich hätte mal das vielleicht markieren sollen. Zack. So, wo ist Hammers dann? 412 Meter. Schon weit. Aber ich sag immer Meter, das sind ja Fuß. Also, nicht ganz so weit. Wirst du? Du bist schon richtig. Hast schon recht, Kumpel. Ich nehme mal den kürzeren Weg. Ich hoffe, dass es der kürzere ist. Wieso wird das eigentlich schon wieder dunkel? Immer wird das dunkel. Was ist denn hier für Typen? Habe ich doch gewusst. Fress dich mal ein bisschen satt. Digga, du bist schon wieder halb... ...gedaunt. Ach, das dauert mir jetzt. Lange ist das hier. Sehr schön. So, wo ist denn jetzt der... Wo ist der... Hä? Wo ist er denn nochmal? Ach, da. Mitten im Berg. Warte mal, da muss ich mal auf die Map gucken. Ich glaube, ich muss den Weg hier lang. Der Berg kommt mich da wohl nicht hoch. Gut. Gut. Ein bisschen Holz. Nehmen wir natürlich mit. Ja, für mich Wölfe habe ich jetzt eigentlich gar keine Zeit. Der Weg geht irgendwo da unten lang. Uhaha. So tief. So habe ich mich dann erst da hoch... ...gehangelt. Und dann soll ich wieder da runter. So ein Blödsinn. Naja, ich muss aber hier lang. Ist das ein Weißwolf? Glaube. Muss ich doch verletzt haben, oder? Wo ist er das Vieh jetzt? Das ist aber blöd. Den hatte ich eigentlich erwischt. Naja. Tot war er nicht. Aber kein Kreuz auf der Minimap. Das wird ja immer gekennzeichnet. War ich hier oben nicht schon mal? Bin ich da nicht abgehauen von den... ...von den... ...einen Typen da? Was hier? Dieser Sonnensekte hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hm. Kann mich auch täuschen. Ne, war das doch nicht. War woanders. Venja willkommen. Was war denn? Da unten. Du feiern hier schon wieder bei irgendwelchen Partys? Wasser aufhalten? Wieso bindest du den Typen hier einfach los? Oh mein Gott. Was soll das denn? Gut, das verstehe ich jetzt nicht. Nein, gar nicht. Du müsstest hier auch noch Fische reinbauen. Kannst du mal ein bisschen Luft holen, glaube ich. Aber wieso verschließe ich das denn? Wenn das nicht steigen soll? Alles zu hoch schon wieder hier. Das ist wie ein roh, du bescherter Fisch. Da muss ich absaufen. Jetzt muss ich warten, bis es hier ist. Ah, das läuft hier rein. Ach so. Wie kann ich denn diesen bescherten Fisch killen? Geht mir auf die Nüsse. Zack. Oh, dicht. Und nun? Da kann ich mich wieder aus. Drecksfisch. So. Dann hätte ich nicht vorher losgebracht. Wäre zu einfach gewesen, wahrscheinlich. Ja. Das war's. Das war's. Wienzai, Dabaram, sa Krauhadan daf Wienzai, daish Quatti-Balhasa. Da, Mari, quaidashwadam Mari, sajashwadam Guaifa. Ein halber Gorilla, der Kerl. Winja, willkommen, abgeschlossen. Das wird jetzt die Scylla nicht besonders freuen, aber das ist egal. So. Was haben wir denn hier? Splitter-Takedown. Drücke in der Nähe eines Gegners F, um einen Takedown einzudrücken, linke Maustaste, um einen Splitter, um einen zweiten. Achso, okay. Ich verstehe, worauf die hinaus wollen. Was sind das? Reduziert die Geräusche. Das kostet aber vier. Das kostet drei. Und das kostet auch drei. Was ist das für eine vorherige Fähigkeit? Hier ist doch gar nichts. Jedenfalls darf ich es nicht lernen. Gegner-Markierung hat man vorhin schon mal. Was ist das Schwanken? Ich weiß nicht, was Nahrungsrezepte sind. Ich habe noch nie ein Nahrungsrezept gebraucht. Ich esse immer nur rohes Fleisch. Ja, das ist eigentlich ziemlich sinnlos hier. Dann mache ich doch mal das Schwanken-Dings. Wenn ich schon was machen muss. Was ist das? Das Wechseln von Buffen mit X geht schneller, selbst während du sprintest. Das Zielen mit rechter Maus, das geht ebenfalls schneller. Aber auch nicht. Warum denn nicht? Das ist immer noch Dachs. Wir könnten noch mal ein Dachsfell uns besorgen. Wo sind denn hier auf der Map Dachse? Hallo Tierchens. Manchmal werden hier keine Tiere angezeigt. Aber es ist wahrscheinlich wieder dunkel, oder? Was ist das denn überhaupt? Burger der Handwerker, hole Teile des alten Venja-Totems von den Udam zurück. Okay. Das könnten wir eigentlich auch mal machen. Das geht schnell bestimmt. Gehen wir mal da hin. Hab ich denn hier gelandet? Ah ja. Irgend so Posten. 300. 130 Fuß. Diese Richtung. Snacken noch mal was. Jo. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist schon wieder. Kloppt euch ja auch den ganzen Tag, oder? Solange er mich in Ruhe lasst. Was ist denn hier los? Ach, da rutschen wir einfach runter. Hui. Hier wollte es Holz. Oh, ist voll. Okay. Dann brauche ich kein Holz mehr sammeln. Ah! Oh, kacke. Das war ein bisschen hoch. Lauf ganz schnell. So, wir sind gleich da. Das verlorene Totem. So, was soll ich hier machen? Hier sind jedenfalls irgendwelche Venture-Typen. Die muss ich wahrscheinlich alle niedermachen. Jo, Tigris ist auch dabei. Das ist einfach im Kopf. Oh. Aber lang. Das ist aber treffend. Das ist doch schon wieder so ein Stinkbombenwerfer. Was ist denn da noch? Ach, den muss ich looten. Dann loote ich die mal. Hallo. Zwei? Unten war, glaube ich, noch irgendwo eins. Oder auch nicht. Ich brauche aber noch ein Totem-Stück. Ist er jetzt abgehauen, oder was? Oder ist das da oben nur ein Ereignis? Hm? Ach, da unten. Guck mal. Ich glaube, der rennt da oben rum. Wo steckt es sich? Wo komme ich denn da am dümmsten? Hoch jetzt. Oh, müsste ich immer so weit wegrennen. Leute. Wo ist der denn jetzt hin? Ist er noch höher? Komm mal ran da. Aha. Irgendwer hat ihn umgelegt. So. Habe ich. Das verlorene Tote. Halt, erst mal was hier. Och, meine Fresse. Warum bin ich denn hier überhaupt? Warum sind denn hier so viele Leute, eh? Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder nicht porten, ne? Äh, schnell reisen natürlich. Port gibt's ja hier nicht. Gut. Aber, was der Handwerker sagt zu seinem Totem, das sehen wir leider erst in der nächsten Folge. Bis dann! Und. Untertitelung. BR 2018